wir haben heute die möglichkeit mal einen blick in die zukunft zu werfen und das ermöglichen uns die tschechen von skoda die haben uns nämlich hier vor die kamera den vision rs gefahren mit diesem auto kriegen wir so einen kleinen ausblick auf das was skoda vor hat in den nächsten jahren bei den rs modellen in der kompaktklasse und vor allen dingen in sachen elektrifizierung es wurde versucht die rs dna noch zu schärfen und wie der name schon sagt visionär zu interpretieren für die zukunft das geht alles hier los in der front man sieht zum beispiel das skoda logo das ist illuminiert und das besteht aus kristallglas das sehen wir hier vorne dann auch noch mal illuminiert in dem frontgrill der besteht zu großen teilen aus karbon und auch hier wieder kristallglas das wunderbar illuminiert ist auch hier unten führt sich das dann fort mit den ganzen club carbon elementen lufteinlässe luftauslässe und auch da der frontspolle der versuchte noch mal so ein bisschen die form des visionären frontgrills aufzunehmen die front scheinwerfer die sollen so ein bisschen anmuten also für sie fokussiert auf die straße sind muss man schon ein bisschen genauer hingucken das zu sehen aber dann wiederum in der kombination mit den ganz flach gezeichneten tagverlichtern und den nebelscheinwerfern funktioniert das eigentlich sehr 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 gut und dann wenn man genau hinguckt man sieht 1234 glasbausteinelemente in den frontschall werfen riskieren wir einen kleinen blick auf die seite da sehen wir wie dynamisch das auto gezeichnet ist vor allen dingen hier an den kräftigen kotflügeln wenn wir dann die seiten immer längst gehen sehen wir dass er sehr sehr flach wirkt das liegt auch an den kleinen fenstern die lassen das ganze auto noch mal flacher und dynamischer wirken auch hier die türgriffe die sind jetzt gerade versenkt das sorgt so ein bisschen dafür dass man halt diese fließenden formen beibehält und als kleines gimmick hier vorne guck mal ist eine kleine tschechische lage eingebaut die seitenspiegel natürlich wirklich top aerodynamisch optimiert und wenn man guckt carbon und vor allen dingen wieder kristallglas hier in den blink elementen wenn man dann mal runter geht dann sieht man hier 20 zoll leicht metall felgen auch wieder komplett mit carbon verarbeitet und hier nun ganz genau hinguckt auch wieder kristallglas das alles natürlich leichtbau und luftwiderstand optimiert so kommen wir mal zum heck da fällt natürlich viel an lichtgrafik auf aber was mir als erstes aufgefallen ist ist das hier ein herrlicher diffusor und achtung hier keine intro einfach mal clean der diffusor gefällt mir sehr viel besser als wenn du hier diese dicken gefakten endrohre hast und wenn du drunter guckst hast du doch so ein strohhalm hängen deswegen hier ganz bewusst wurde darauf verzichtet hier endrohre hinzusetzen und ein einfach wunderbar schön cleaner auch wieder aus carbon gefertigter diffusor so jetzt noch mal hochwuchten nachdem ich von dem haut auf die knie gefallen wenn es natürlich hier unten der diffusor nicht das einzige was aus carbon gefertigt ist das haben wir schon gelernt bei dem auto eben auch oben hier der dachspoiler heck spoiler auch noch mal aus carbon mit so einem kleinen kleinen rückleuchtelement das ist auch wieder aus kristallglas alles kristallglas hier sieht man den schriftzug hier die heckleuchten hier unten noch mal ein leuchtband alles kristallglas und das mal kurz als kleine randinformation das ist alles böhmisches kristallglas merkte selbst von um die ecke stichwort nachhaltigkeit und da kommen wir nachher noch mal dazu da haben sie noch mal ganz ganz andere sachen hier drin wo wir schon hier stehen da wird natürlich der blick frei auf das stauraumvolumen vielleicht bei dem auto gar nicht so interessant gehört aber natürlich in der gänze mit dazu 430 liter kannst du hier hinten rein drücken an was auch immer du haben willst womit wir auch schon zu den abmessungen kommen in der höhe ist dieses fahrzeug 1 meter 43 entschuldigung wenn ich immer die kamera guckt da gucke ich auf den bad von philipp aber es irritiert mich hier einfach dann sind wir in der breite sind hier 1 meter 81 in der länge sind wir rund 4 meter 36 und der radstand der ist 2 meter 65 radstand wissen wir alle immer sehr sehr wichtig an platzverhältnissen im fahrzeug auch hinten und deswegen springen wenn ich mir jetzt auch dieses fahrzeug hinein so haben wir gerade vorhin noch mal darüber gesprochen über diesen herrlichen eingefügten türknauf der so die fließenden form quasi ergänzt jetzt wollen wir aufmachen achtung wird wahrscheinlich dann in der serie etwas schneller gehen so hier in natürlich extrem wichtig denn das wird die neue design sprache bzw ist richtungsweisen für die neue design sprache wenn ich mir das so auf den ersten weg angucken hoffe ich es kommt genauso in alle zukünftigen autos rein gefällt mir richtig gut der autoenthusiast der enthusiastische der wird sich vielleicht so ein bisschen erinnert fühlen an die vision x studie die man auf dem genfer autosalon gesehen hat darauf basiert dieses design so ein bisschen was natürlich sofort ins auge fällt ist hier diese riesige wirklich toll gemachte mittelkonsole kommen wir gleich darauf zu erst mal kommen wir hier auf diese kleinen elementen guck mal dieses kleine nähte ding hier das ist der schaltwahlhebel für dsg schön mit alcantara bezogen da drunter sitzt auch wieder kristallglas der start-stopp-knopf wenn ich da drauf drücke passiert hier oben was wie gesagt machen wir gleich dann haben wir hier die sitze elemente aus kunststoff dann geflochten polyester und hier haben wir dann noch mal alcantara das ist eigentlich eine wunderschöne kombination wie ich finde gerade hier mit den roten nähten in so einer wabenoptik bei skoda heißt das denn diamond cross ganz sexy und auch ganz sexy hier guck mal eine kleine niedliche tschechen flagge und gucken auch hier in den nähten für den genauen betrachter wird auch noch mal die tschechen flagge aufgrund der farben der nähte aufgenommen grundsätzlich die sitze hier ich glaube dass es schon sehr dicht an der serie gefällt mir wie gesagt auch sehr gut womit wir jetzt noch mal hier zur mittelkonsole kommen auch sehr viele carbon elemente wie er verbaut und die front cockpit hier vorne das cockpit das soll so ein bisschen die form des front grills auch aufnehmen was wie ich finde sehr gut funktioniert dann sehen wir hier den großen bildschirm für infotainment navi und dergleichen mehr das ist ein touchscreen klar will man natürlich haben in zukunft und er lässt sich sogar auch hochfahren und darunter denn ein handy einstecken womit man dann eine ladestation hat und wieder runterfahren wenn das handy verbunden ist dann bist du auch mit dem internet verbunden und vor allen dingen ist man dann auch mit der sprachfunktion alexa kennt man verbunden dann kann man alexa direkt ansprechen und die gibt einem dann wiederum informationen über das fahrzeug zum beispiel tankfüllungsstand oder sind die fenster geschlossen und dergleichen mehr also fahrzeug informationen werden dann in zukunft über die connectivity abgerufen stichwort ständige verbindung digitalisierung und konnektivität das ist auch ein eckpfeiler für skoda in zukunft bis 2025 soll da jedes auto genauso verbunden sein womit wir jetzt noch mal ich habe es versprochen ganz zum schluss auf dieses herrliche komplette cockpit armaturenbrett eingehen wenn ich denn nämlich jetzt hier auf den startknopf drücke dann passiert ein hervorragendes kristall lichtspiel und achtung bitte schauen sie hier oder auch nicht ich will wollen wir noch mal lieber fragen also jetzt geht's los oha siehst du ich bin selbst überrascht guck man hier unten da gibt es ein heartbeat blood pressure es gibt ein puls und hier vorne sehen wir auch diesen kleinen knopf mit dem herzen drauf es ist auch herzerwärmt das sind nicht die herz daten des autos sondern das sind die daten des fahrers die dann halt intelligent über eine smartwatch zum beispiel vom puls abgenommen werden das heißt man kann gar nicht enger und jetzt springt das auto auf die liebe farbe rot mit dem fahrzeug verbunden sein in zukunft kommen wir jetzt zum herzen dieses fahrzeugs ein plug-in hybrid das erste mal in der 117 jährigen motorsport geschichte und das erste mal seit 1974 viel wichtiger seitdem ist dass er es gibt für skoda gibt es ein plug-in hybrid in verbindung mit diesen beiden buchstaben rs hier drunter steckt zum einen 1,5 tsi mit 150 ps und ein elektromotor mit 75 kilowatt leistung das bedeutet eine systemleistung von 245 ps das bedeutet wiederum also übrigens kombiniert mit einem sechsgang dsg haben wir eben gerade den kleinen niedlichen schalten aufgesehen das bedeutet er sprintet von 0 auf 100 in 7,1 sekunden und spitze sind 210 kmh das alles bei einem lediglichen co2 ausstoß von 33 kleinen gramm pro kilometer kommen wir noch mal darauf was dieses kraftfahrzeug rein elektrisch kann hier haben wir ein lithium-ion akku drin mit einer gesamtleistung oder kapazität von 13 kilowattstunden aufgeladen ist der bruder hier in gerade mal 2,5 stunden und das an der haussteckdose lädt aber auch automatisch beim fahren über das stichwort rekuperation rekuperation so ist ja richtig ausgesprochen wieder auf die ganze nummer kann wenn man den richtigen fahrmodus wählt es gibt hier insgesamt 3 ev für elektrisch normal und sport wenn man denn in ev hinein schaltet dann kann dieses auto bis zu 70 km reinelektrisch dahin gleiten so und die rein elektrische fahrweise die ist natürlich was sehr sehr nachhaltig in puncto umwelt und das ganze auto ist sehr nachhaltig denn es ist exakt komplett animal free ein schönes beispiel will ich euch jetzt mal zeigen guck mal hier normalerweise sagst du lecker gummi aber nein ich kann es richtig riechen dieses komplette kleine fußmädchen ist aus achtung ananas abfällen gemacht du musst erst mal darauf kommen ich als sag mal asiate mit philippinischen hintergrund weiß natürlich wie gut ananasfaser sind denn unsere nationaltrag das so daraus gemacht nur mal kurz so am rande also das ist wirklich richtig gut gemacht animal free komplett ein veganes auto bedeutet für mich als fleischliebhaber ich muss gar kein schlechtes gewissen haben wenn ich ein steg extra mal pro woche essen ja vielen dank an skoda dass wir einen kleinen blick in die zukunft der tschechischen automobilität und genehmigen dürfen ich glaube dass der vision rs in vielen punkten gar nicht mal so weit weg von der serie ist wie man vielleicht vermuten möchte